Die gefährlichste Todesfalle, die es je gegeben hat. Der Marquis ist unser Gefangener. Und die anderen ebenfalls. Spannung ohne Ende. Ein Abenteuer jagt das andere. Gary Cooper, der Farmer aus den Südstaaten. Und Burt Lancaster, der Pistolenheld. Sie kämpfen Seite an Seite. Und wenn es sein muss, gegeneinander. Joe! Der sensationellste Abenteurerfilm des Jahres. Vera Cruz. Und mit auf die Reise geht eine bezaubernde Frau, deren Küsse alles versprechen. Denise D'Arcel. Joseph. Du bist zwar Amerikaner, aber im Herzen Franzose. Und Cesar Romero. War er ihr Freund oder ihr Feind? Und zum ersten Mal auf der Leinwand Sarita Montiel. Eine exotische Schönheit, die lockende Versucherin, die Gary Cooper im Netz ihrer Intrigen fängt. Vera Cruz. Ein Film, zu dem sämtliche Aufnahmen in Mexiko gedreht wurden. Ein Film von atemberaubender Spannung. Vera Cruz. Ein einmaliges Erlebnis in der Geschichte des Films. Jede dieser Kisten enthält eine halbe Million Dollar in Gold. Wie sollen wir wissen, ob man Ihnen trauen kann? Und wie soll ich das von Ihnen wissen? Alle Achtung. Sie fangen an, meine Sprache zu sprechen. Ein Film um Gold, Liebe und Tod. Paläste und Spelungen. Könige und Verbrecher. Geht, dass wir wieder mal beim falschen Verein sind. Geht, dass wir wieder mal beim falschen Verein sind. Geht, dass wir wieder mal beim falschen Verein sind. Geht, dass wir wieder mal beim falschen Verein sind. Vielen Dank.